Musik Warum bin ich schon wieder so exponiert hier? Verstehe ich gerade nicht, weil ich mich bewege oder was? Ja, ok. Ja, ich glaube, ich muss echt mal... Ach, die sind ja sogar markiert, oder? Ne. Da oben auf meinem Kompass? Ne, das ist ja das Ding, wo ich das abliefern muss immer. So, und das... Ja, da habe ich mich einmal... Ne, Moment mal, hä? Doch, ne, da habe ich mich gerade einmal um die eigene Achse gedreht. Oh, jetzt gehe ich nochmal zu dem anderen Ding, was da so unbewacht rumlag. Oh, Mann macht das krach. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht selbst verraten. Man sieht ja leider nicht, wie laut man ist. Ah ja, hier muss ich lesen. Das ist irgendwie ein Gedicht oder so. Ja, das ist klar. Ja, das ist wirklich so. Wann, das ist ja anstrengender, das Lesen, als das Spielen, ey. Komm, den schmeiß mal weg. Sowas will ich nicht lesen. Das ist mir viel zu kompliziert. So, mal gucken, ob ich... Ah ja, durch Bier trinken... Durch Bier trinken, äh, erhöhe ich meine Vitality. Das ist natürlich gut zu wissen. Und die Bierflasche kann ich anscheinend dann auch werfen. Also hat Bier sozusagen zwei Effekte, ja. Ich kann zum einen meine Vitality auffüllen damit und ich habe eine weitere Wache dazu gewonnen. Bier ist so wandelbar, ja. Das wandelbarste Getränk in der Geschichte der Menschheit. Das muss man mal sagen, ja. Weil es immer gerne vergessen wird, wie wandelbar Bier eigentlich ist. Man nennt es ja auch das flüssige Brot. Und auch Bier ist schon mal da gewesen. Man glaubt es nicht, ja. Oh, da kommt einer. Zwei. Warum sind denn jetzt hier so viele von den Bimbos hier an den Häusern dran, ey? Kann mir das mal einer erklären? Vorhin war da nichts los. Also vorhin, vorhin in den vorherigen, in den ersten zwei Folgen, da war da kaum was los. Und jetzt machen die da ein Happening. Das kann doch alles nicht sein. Das riecht doch nach Verarsche. Das riecht hier doch nach Verarsche. Das riecht doch hier alles nach Verarsche, ey. Ich versuche mal da hinzukriechen zu dem Haus und mal zu gucken, ob ich da irgendwas holen kann. Fehlt nur noch, dass ich dann wieder die linke Maustaste drücke anstatt E. Bei meinem Glück war ich hier aber schon. Dann habe ich hier schon alles geplündert. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig. Ups. Habe ich einen gehört? Kann ich mich nicht um die Ecke lehnen? Ist ein bisschen schlecht. Okay, die sind da hinten. Gehen wir mal ganz schnell. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Puh. Uh. Uiuiuiui. Was ist das? Empty Bottle? Verdammt. Ich brauche Essen oder so. Oder. Kann ich hier rein? Kann ich bestimmt. Jetzt bin ich ganz schön dicht an den Typen dran, ey. Ah, ja. Ja, Revolver-Munition. Jawohl. 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 Das haben wir gerne. Das haben wir gerne. Ne. So. Gleich mal nachladen. Wo ist er? Weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, sich mit denen zu kämpeln. Eins, zwei, drei. Ach komm, das Haus nehmen wir noch mit hier. Die sehen ja witzig aus, ey. Ist das eine Zange? You can reclaim traps bis dies. Okay. Okay. Ist nützlich. Gebe ich zu. Ziehen wir uns mal zurück. Nein. Kletter doch nicht da hoch. Ach, wie Gerrit ist er, ey. Wie Gerrit. Wie Gerrit, der Meisterdieb. Unglaublich. Der klettert nämlich auch immer in irgendwelchen Sachen und nicht hoch, wie er soll. Und, äh, oder, oder so. Oder macht Sachen, die einfach nicht dem Überleben zuträglich sind. Der macht immer irgendwelche verhampelten, komischen Sachen. Und der hier macht das auch. Wie rückwärts laufen und dann an einem Baum hochklettern. Das ist einfach nicht produktiv, ja. Das ist einfach nicht produktiv, wenn man vor aggressiven Steampunk-Robotern fliehen muss. Ist das einfach nicht produktiv. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Scheiße, scheiße. Ja. Also dieses eine Ding würde ich noch sammeln. Und dann mache ich mal wieder, mache ich wieder eine Pause, würde ich sagen. Weil dieses Geschleiche und, ähm, vorsichtig vorgehen, das, äh, zehrt auch irgendwie ein bisschen an den Nerven, muss ich sagen. Schon wieder. Ja, also es ist, ähm, kann ich mir gerade nur in kleinen Dosen geben, glaube ich. Hinten sind sie die, die Luschen. Jetzt bin ich hier richtig sichtbar. Komm, das holen wir uns jetzt noch, das Teil da, was da kokelt. Das holen wir uns jetzt noch. Das holen wir uns jetzt noch. War'n das jetzt? War'n das jetzt? Da nicht, nee. Da war das nicht. Das war woanders. Das war doch hier. Da bei diesem komischen Haus. Genau. Da hinten, genau. So schlecht ist mein Orientierungs- und Erinnerungsvermögen nun auch wieder nicht, ja. Also, dass ich das jetzt nicht, nicht hätte wissen können. Wissen müssen. Hätte wissen müssen. Hätte wissen müssen sollen, ja. So. Rein damit und, äh, ab nach Hause. Wo ist der Dings da? In der Mitte ist er. Da mach' ich wieder so'n schönen Schlenker, so'n schönen Umweg. Wie ich's da vorhin auch gemacht hab', damit ich diesen Typen aus dem Weg geh'. Es läuft doch. Da haben wir schon über die Hälfte jetzt zusammen. Auf dieser Insel. Leider gibt's da ja noch ein paar andere Inseln, ja. Fünf Inseln gibt's ja, glaub' ich. Fünf oder sechs Inseln waren's. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder vier Inseln. Ach, keine Ahnung. Am Anfang hat man's gesehen. Ich hab's schon wieder vergessen, wie viele es waren. Beim Laden, beim Erstellen. Bei dem Erstellen, was ewig gedauert hat. Das hat wirklich ewig gedauert, ja. Also, das hat bestimmt, gefühlt würde ich sagen, zehn Minuten hat das gedauert. Ich hab leider in der Aufnahme nicht nachgeguckt, wie lange ich da aufgenommen hab' an dem Ladebildschirm. Aber echt lächerlich, ey. Aber na gut, ich mein', es erstellt natürlich auch die ganze Welt von Null auf, ja. Also, das ist hier alles erstellt. Das ist alles prozedural. Also, durch Zufall generiert. Ähm, da ist das natürlich schon irgendwie klar, dass es dann etwas länger dauert, ja. Kann man irgendwo dann auch wieder nachvollziehen. Oh, da ist eine Hütte. Stimmt. Ich glaube, ja, da hab ich auch Deckung gesucht gehabt. Was ist das? A Bag of Mints. A Sharp Stone. No. Nehmen wir das mal. Kann nicht schaden, würde ich sagen. Hat das vielleicht noch eine Tür? Nö. So, wo ist denn jetzt mein... Ach, ich lauf' gerade ganze Zeit aufrecht und das ist ja super. Oh! Oh! Duck dich! Oh! Mal gucken. Da drüben muss ich hin. Ich muss an diesen Knillchen vorbei. Na toll. Na, toll. Moment. Bevor ich das mache, will ich sagen, kann ich die Pilze essen? Ah ja, die füllen tatsächlich was auf. Das gibt's ja nicht. Und der andere Pilz? Moment. Der füllt auch was auf. Es ist der Hammer. Es ist der Wahnsinn. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich stehe unter Drogen. Oh 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 oh. Sehe ich jetzt auch laufende Briefkästen und solche Sachen? Sprechende... Hunde? Ne. Oh, ich sehe fette Roboter. Warum... Warum ist ein Roboter fettleibig? Kann mir das mal jemand erklären? Klausibel, bitte. weil es doch nur ein spiel ist genau das wird sein noch mal hierdurch hopps springen genau guck dich sind da hinten kann das sein hier bin ich schön unsichtbar bleibe ich mal hier ich muss darf ich muss darüber hört ihr mal auf mich zu treffen bitte schnell 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 Was? Ah, ich kann nicht speichern, während ich blute. Oh, fuck. Da ist er. Schnell nachladen. Oh, oh. Oh. Oh nein, oh nein, das war's. Das war's. Ah, die haben sich gerade selbst über den Haufen geschossen. Habt ihr das gesehen? Nein, das war's. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Die haben sich selbst über den Haufen geschossen, die Idioten. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Ja, da habe ich 44 Minuten und 28 Sekunden überlebt. 19 Schuss habe ich abgefeuert. Zwei Roboter habe ich getötet, wie ich es gedacht habe. Einmal Tee getrunken. Animals cooked. Was soll ich denn hier für Tiere kochen? Wie und wo? Stealth rank available on completion. Ah, ich kann den letzten gespeicherten Spielstand laden. Dann machen wir das doch. Würde ich sagen. Und da ist es abgestürzt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Also, wenn es nicht so ist, ist es nicht so dasselbe. Da ist es nicht so dasselbe. Und da ist es nicht so dasselbe. Also, das ist ein Teil.